Dankeschön, dass ich mir eingespielt habe, schalte ich einfach mal die Live-Stream-Aufnahme nochmal los. Äh, klar, äh, warte, ich krieg deine Empfie zurück. Dankeschön. Und ich nehme meine. Autosniper. Rechts. Jaja. Krieg nicht, kannst ja eh nix machen, mit Empfiehn. Mitte? Einer down. Oh, wir sind schon wieder Lang-Down. Oh, wir sind schon wieder Lang-Down. Oh, wir sind schon wieder Lang-Down. Warte, ich komm mit dir noch. Oh, einer drin. Oh shit. Danke. Kein Ding. Sehr nett von dir. Wenn du nochmal fragst, mach ich das nochmal für dich. Nee, danke. Dann nicht. Hier, dann brenn halt. Hast du eine AK? Nee, ich bin mit der M4-1S glücklich. Ansonsten, das Einzige, was du mich glücklich machen kannst, ist eine SG. So, nur nicht die Fehler machen und einen Entschärfungskick kaufen. Hauptsache sie finden deinen Stream nicht. Ach. Wieso? Still Delay hast du 20 Sekunden? Gar keins. 15, 16. Oh rip. Dann move mal ein bisschen rum, nicht dass wir Stream snipen. Kann ich nicht. Muss ich Stream für komplett neu starten. Nein, ich mein mehr bewegen, nicht dass wir gucken. Short. Short. Genade out. Danke. Oh, wie er mich trifft. Einer noch Short. Mindestens. One more Short, one more Short. 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 Alter. Die gucken einfach beide lang. Die letzten beiden lang. Wow. Dieser Call einfach. Let's go B. Alles klar. Die gehen wieder A. Lea, wenn irgendwas Steppen hörst, sag Bescheid, ich move direkt. Geh diesmal ein bisschen tiefer für B und smoke einfach Mitte dann. An Solo, du kannst doch einfach meinen YouTube Kanal posten. Und dann solltet glaube ich als Erklärung reichen. Freunde, genade. Rufen B. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh mein Gott, die da gerade weg gegangen sind. Mitte. Mit. Geh zurück, geh zurück. Die kommen nicht. Das war ein Fake. Mit Mitte. Ja. Oh lol, er hat mir gegeben. Er hat noch 20. Er hat noch, er hat noch 20 HP. Schönes Ding. Okay. Wenn du sagst, er hat noch 20. Problem ist Mitte. B moved. Ja. Geht was auf B? Ich war mir nicht sicher, ob der gesteppt hat. Ich wollte nicht fail, Colin. Sorry. Einer auf B drauf. Bombe ist B. Bombe planted. Aber der andere ist Mitte. Letzter B. In der Ecke. Schönes Ding, ehrlich. Lass mir. Verpiss dich. Nein. Sorry, Lea. Ich hatte die Mitte gehört, aber ich war mit... Ist okay, aber... Nicht immer so aufregen. Ich hör das ziemlich gut. Ich bin ziemlich gut im Hören. Einfach zwischendurch. Hab ich gehört. Und bevor irgendwie rumhören... Äh, ich verscheuilfe. Du spielst nur Wilma. Ich bin selber. Ich war vorher Master Guardian hier. Und weil ich monatelang nicht gespielt habe, wurde ich... Unangedeckt. Ja, Frommage! Ja, Frommage! Ja, Frommage! War auch mal Master Guardian. Das höchste, was ich mal war, ist DMG. Danke. Ja, stimmt, DMG war ich auch. Danke fürs Zuschauen. Ruisa, meine ich. Ich verfreude mich, mach alles kaputt. Update von Gaben. Kommt was B? Nee. Ich hab eine Smoke ins Gesicht gelegt. Wie gesagt. Unten Mitte einer raus. Kommt Richtung B. Da kommt einiges leer. Kommt, äh, Dingens. Einer ist noch oben beim noch. Letzter kommt Loch noch. Äh, fuck. Aber letzter Richtung B. Es sind noch zwei. Short. Short, 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 short. Also muss ich niesen. Okay. So, wieder da, ja. Fromm ist nicht sichtbar, ne? Weiß keiner? Wir savent, oder? Wo? Long. Alter Pit. Na ja, macht einfach die Ausgänge zu. Peak nicht. Genau. Er kommt. Geht on spot. On spot. Hey. Burn, der Ding. Der müsste geschehen im Stream. Snowtack, du kannst nicht mit mir in dem Sinne handeln. Ich tausche nix großartig. Äh, du kannst höchstens ein Skin, äh, geben großartig in dem Sinne. Es gibt Leute, die wollen das, möchten das gerne machen. Die, äh, möchten gerne irgendwie, keine Ahnung, was spenden. Aber haben in dem Sinne keine Möglichkeit, Echtgeld zu spenden. Und dann könnt ihr hier halt auch gerne. Einfach hingehen und Dingens. Let's go people. Ah, hallo Mystical. Ich mag dich nicht. Der kommt nur wegen dem Giveaway. Ne, Mystical ist im Dingens. Ist im, ähm, ähm, hier. Der. Ja, im Twitch Stream. Hab ich grad schon gesagt. Oh Gott. Don't you just go away and stop. Stream snipe. Smoke. Flowing a grenade. Deploying Flashbank. Oben, Mitte. Grenade out. Oh! Shot, 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 shot. Shot. Mann! Ich dachte, da kommt keiner. Warm rum. Schön. Flashbank. Nein! Äh, einer geht Richtung B. Leer, der kommt. Ja, ich hab's gesehen. Warte, warte, warte. Der ist auf short, oder? Ja. Fett für, okay. Ich bin Flo, für dich begrüßt. Ich bin derfu. Tut mir leid. DT. Ach, Mann. Das wär so schön gewesen. Erstmal in Ruhe nachladen. Nate. Noctuck, was willst du denn haben? Den handel nehm ich mal an und dann überleg ich mir das. Der muss sich doch die Bombe holen, nicht? Ich ihn. Damit der A, wo um die Ecke pieken. Wenn du das nächste Mal schießt, push raus. Nice. Schönes Ding. Ups. Danke. Bitte. Robin, psst. Na? Du willst mir mal sagen, was ich machen muss? Ich will dir nur helfen. Wie sie auszahlt. Ja, aber ich kann das. Ach, die haben pausiert, oder was? Ja. Sag mal, geht das nochmal? Ja, ja. Hallo. Hallo. Schau mich an. Hallo. 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 Mute mich gleich einfach. Uuuuuh. Die ist verrückt. Können wir die mal einweisen, bitte? Geht du das eigentlich, wenn man so schnell die Waffen wechselt, oder? Guck's dir an. Ah, ha, 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 ha. Hallo. Ha, ist doch einer dabei. Der Stream. Äh, keine Ahnung. Möglicherweise nur noch 10 Minuten. Dann bin ich kurz offline. Bei 10 Minuten verabschiedet sich gleich mein Internet. Deswegen bleibt dran, Leute. Let's get this done. Hast du ja immer noch nicht rausgezogen den Stecker. Ne, mach mal noch morgen früh. Also, theoretisch hätte Lea mich ja, äh, gestern morgen dran erinnern können. Ich war ja um 6 Uhr wach. Entschuldigung. Wird gepusht. Ah, passt, ist weg. Ich hab's wieder. Ich wollte grad sagen, wir sollten meine... Ne, ja, bist du noch mit? Ne, Mitte, Mitte ist einer. Oh, die mögen mich auf B echt nicht, oder? Oh, ich bin ein bisschen... Einer unten, Ali, pass auf. Ich bin das Ding, Ali. Ich bin ein bisschen beleidigt. Hallo? Hi. Ist grad auf mir gesprochen? Ist grad auf mir gesprochen? Ja, ne? Smoke. Lang. Na, das ist nix neues. Lea kommt jetzt von hinten. As always. Hier gefixt? Was gefixt? Ich wollte sonst mal auf die Küste hier drauf. Ah, jetzt. Hopp, hopp. Warum hab ich denn jetzt zwei Blend-Granaten? Oh, ich hasse das. Hat der? Aber du magst doch zwei Blend-Granaten. Wo bist du? Alter, stehst du drauf, ne? Ich seh nix mehr. Ha, bin ich mal wirklich blind. Russian Fighter, wenn du zuhörst. Keine Ahnung wie lange. Sonst kann ich gar nicht... Blank-Down-Smoke. Blank-Down-Smoke. Deploying Flash-Band. Incendiary. Grenade out. Hi Lea. Na du? Nein. Die wollen nicht zu mir. Merkst du das? Ja du süßer Fratz. Ah, fuck that. Einer oben Mitte noch. Ja. Hier direkt weg jetzt. Bombe down unten Mitte. Bombe dann mit. Bombe dann mit. Blank-Down-Smoke. Flash-Bank. Oben. Habe. Oben. Oben rechts an der Ecke. Hat sie verpisst. Bitch. Hahaha. Einfach mal Dauerfeuer gemacht. In der Hoffnung. Ich bring den Aave mit. Dankeschön. Ich prob dir okay. Ja ich hab genauso viel Geld wie du eigentlich. Egal. Ist ihr egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Krrrr. Moment. Was hat Mystical denn geschrieben? Der hat irgendwas in meinem Chat geschrieben. Och ich renne in die Autobahn. Kann man das ja sagen? Kannst du eigentlich? Ich hab grad gefragt was ich eigentlich kann. Wenn du grad top bist, räum mal in meinem Chat und guck mal was Mystical geschrieben hat. Mystical my friend, what have you written? Ähm. Der Typ. Hahaha. Also ich glaub dieser Anal-Attack mag mich nicht. Er hat komische Zeichen geschrieben. Sieht nach. Äh. Kiwanesisch. Irgendwas aus. Warte lass mich auf sein Profil gucken dann weiß ich woher er kommt. Er kommt aus Kenia. Angeblich. Äh. Hallo A kommt mal her hier. Könnte Afrikaans sein was er schreibt. Oder Thailändisch. Leute. Leer. Ja. Bin auf deiner Rückseite. Mein. Mein. Ich kauf sie nachher ne Abo okay? Danke Fynn. Oh Mann jetzt wollte ich grad noch Spaß haben. Ich hab immer noch 5 mehr als du Early ne? War nur zu dem Fakt weil du grad meintest was kannst du eigentlich? Ich bin nicht Sil- oder bin ich Silber 4 oder bin ich höher? Ne ich bin. Ne. Fünf. Du bist Silber Elite dann heißt das dann. Ja. Und das Gespräch von Scham BD gerade sehr interessant. Lass mal B. 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 Und wenn ihr irgendwie die ganze Zeit in irgendeiner anderen Sprache schreibt die wirklich kein Mensch versteht. Übersetzt das einmal und wenn das scheiße steht direkt bei ihnen. Ich finde es richtig geil, wie irgendwelche englischen Leute kommen und fragen, ob das Giveaway am Ende ist. Die kommen einfach nur wegen dem Giveaway. Scheißegal, mehr Zuschauer. Komm her, komm her, komm her. Ich hab keine Money mehr, ich hab keine Money mehr. So eine Situation habe ich noch nie gehabt im CSGO. Wenn dann, finde ich, dann sollte auch jemand bekommen, der dir aktiv zuschaut. Das soll mal egal sein, die Leute wissen ja nicht, wann der Stream zu Ende ist und die meisten gehen halt vorher wieder. Wenn die halt zugucken, ich habe da ja auch was von, wenn die zugucken, weil ich verdiene ja damit was. Ja, ist ja richtig. Early? Ja? Du kennst doch im Hafen das NTB-Gebäude, ne? Beschreib mal ganz kurz. Was, wenn du von meiner Richtung, also zu mir fährst, geradeaus weiter Richtung Hafen, wenn du von hinten in den Hafen reinkommst. Ich weiß nicht, gerade was brennt. Nein, da ist gerade die Antenne, da blinkt so ein Licht rot die ganze Zeit. Und ich stehe gerade am Fenster und so raus. Und da ist ein Blitz gerade vor meinen Augen da eingeschlagen. Ach so, ja. War lustig auch. Letztes Vodomachen wir. Ja, so schnell habe ich kein Vodomachen. B ist clear, Bombe plant. Kann Solo-Übersetzer haben wir mit Google-Übersetzer und wenn da scheiße steht, warten. Ready. Na gut, Google-Übersetzer macht scheiße draus. Hä? Google-Übersetzer macht scheiße draus. Ja, aber man weiß ungefähr was zu sein. Ja, klar. Ja, und wenn ein Wort Hurensohn heißt, dann ist ja scheißegal was Google-Dingens aus Kauderwelsch draus macht. Wenn da Hurensohn steht, dann hat sich das Thema zu überlegen. Was war los? Danny? Gibst du noch? Danny? Alter, ich stehe hier ja immer noch am Fenster. Ja, okay. Und ich stehe hier so ganz gemütlich, guck mir das Gewitter an. Jetzt ist gerade in die gleiche Spitze nochmal, also ein dicker fetter Blitz. Nein. Und der Blitz hat aber nochmal zu den Seiten hin Arme aufgestreckt. Nein. Doch! Ist der verrückt, der Blitz? Oh, los. Echt du? Ich stehe hier so, nichtsartig. Ich hab mich grad voll erschrocken, Alter. Ja? Da war Jesus, der hat seine Arme ausgebreitet. Nein, Mann, das kriegt dich. Ich glaub das war so ein dicker Ziel. On-Spot. 4DHP. 4DHP. Lea down. 20, Gust. 5DHP. 2DHP, Ich sag der kommt da was darauf. Der ist immer noch nicht Silber Master, sondern er ist eigentlich Global Elite. Nehm, 2DHP. gewesen, deswegen ist er momentan selber Master. Oh Herrli. Kaputt. Kacke. Wer findet die Bombe nicht? Oh, schade. Was dachtest du denn? Was hab ich denn da gerade gemacht? Was hast du gemacht, Bleat? Genau, es gibt keinen Eigensicher Rank. Es gibt nur den Rang, den ich vorher war. In dem ich abgestiegen bin, weil ich monatelang nicht gespielt hab. Weißt du was richtig abartig ist? Ich hab ja das Vieh immer nach oben an meinem Bildschirm klemmen. Ich hab ein mega einfach abartiges Gefühl, wenn ich das wegmachen muss ey. Eko. Eigentlich. Ich hab das, ich hab das halt voll festge- Eko! Okay. Hat gut geklappt, ne? Ich schmeiß die Waffe wieder weg. Nein, jetzt war heiß die gefällig. Du hast jetzt nicht ernsthaft deine Waffe weggeworfen, oder? Gefunden. Ich kann aber mit Eko nicht schießen. Ich bin schlecht mit Eko. Du Arschloch, du Arschloch! Du hast mich blockiert! Du hast mich blockiert! Ein Stück auf B. Doch ein bisschen schon weiter unten bei uns. Du hast einen. Du hast einen. Jetzt bleiben sie doch nicht in der Tür stehen. Warum hauen die ihn jetzt so rein? Ist das gerade bei dem Stream? Ach ne. Irgendwas stimmt hier nicht, äh, Eco? Ja, eigentlich schon. Ich hab die gekauft, kauft rein, ist gut. Weißt du, du bekommst seit 80 Spielen kein Uprank, du hast sicherlich keine 80 in Folge gewonnen. Und nach Global kommt kein Rank mehr, also kann sein, dass du deswegen kein Uprank kriegst. Komm schon, push den doch, der hat noch halbes Leben. Kann nicht wahr sein, Mann. Einer zieht hier Half-Life. Geht Half-Life, Half-Life! Oh, ich hab dem Fasten Halsschutz gegeben. Dann werden wir mal eine SG mitnehmen. Ich sollte mich jetzt wieder konzentrieren und kein Quatsch machen. Can you take my SG? SG? Hey. Alter, was ist mit den Typen, sind das Bots? Ja, und jetzt gehen wir da hin und wollen alle rauswerfen, dass nur noch einer spielt, der gut ist und uns weghäumt und holt oder was? Nö, die wollen aufgeben, glaub ich Warum auch immer Ist halt null lost Alter, dein Mate wurde von CT gekillt Jetzt guckt bitte auch auf Scheiß Loch oder Tür Sie hat einfach alles verballert Geil Nein, 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 nein Ich liebe dich Russian, bitte spray nie wieder mit der SG Mach bitte Einzelschüssel Gib sie mir einfach wieder Da kannst du nicht mit sprayen, bitte nicht Bitte nicht Hier liegt eine, Early Early hinter dir Ich will keine neue haben, ich will meine wieder haben Ja, dann nehm ich die halt, okay Ja, okay Wenn du nicht willst Willst du meine P90 dafür? Vielen Dank Aber bitte Russian, wenn du wie deine SG hast, nicht sprayen Machst du das? Bro Von zwei Seiten Hilfe Pushen Was mach ich da? Was war das, Early? Ich fall dir grad komplett bei der Konzentration, ich weiß es nicht Wird Zeit fürs Bett, glaub ich Ich fall dir grad die erste Mal in der Konzentration Ich fall dir grad die erste Mal in der Konzentration Egal, das haben wir ja trotzdem noch Der erste letzte, ne? Ja, ja Hört dich halt Das war auch meine Absicht eigentlich Dass er mich hört, aber irgendwie Mag er mich nicht Nein, 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 mit Zorn, an Zorn, an Zorn Bei mir bin ich fünfmal auf seinem Kopf, wieso hat das kein einziges Mal getroffen? Du hast genau, du hast genau um Zugestret Ja Egal, passiert Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Nö Hat irgendwer Geld? Nein Ich hab ne Deagle Nein Ich hab auch ne Deagle Nice Komm, wir gehen A, ehrlich Komm, wir machen ne Deko, wir gehen A, wir machen über Short, wir machen ne Eko Und hauen jetzt die Leisten mal in den Runden ready rein Jo, geil, Mr. Kobold, ich sag dir Du bist bei dir Short, Kobold Ja, ich weiß Ah, fick dich Ja, Bombe liegt halt am spawnen, Boys Aus Die Neude Ho straightforward Jo, komm, jetzt drin Ref 취, bist du gut mit ne Afe? Ja, willst du dir vier Ja, nick mal. Ich hab keine MPAS, oder? Ich hab die Russian gegeben. Obwohl, ich nehm die. Bitte, bitte. Na A4, denk dran. Du hast die A4. Das war die Pro... 5k, meins. Dankeschön. Schmeck dich, Ali. Danke fürs Retten. Schaut, 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 schaut. Unten einer CT. Heeeey! Arschloch. Na du? Der letzte. Woosn der? Der ist unten, ne? I'm throwing a flashback. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Du's halt. Und das nicht dein Satz. I would get your grenade for you. Kommt von dir hinten. Oh, es gewittert immer noch. Dieser Mystical kann sogar Deutsch. Wahrscheinlich Google-Übersetzer. Ne. Kannst du mich eventuell auf Steam enden, hat er geschrieben. Eventuell abgeschwitzt. Also doch. Nicht aus Kenia. Achja. Jetzt kommen sie an. Nein, ich ende niemanden auf Steam. Oh, Mystical, schlechter Schuss. Üben wir nochmal, ne? Wer blockt mich denn hier andauernd? Jaha. Alter, rushen dein Ernst? Jetzt ist halt vorne nicht. B clean, B clean. Grenade. Hä? Achso. Ich wollte gerade sagen, hätten sie noch alle tot. Flashback. B clean, B clean. Throwing a flashback. Grenade. Warte, 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 warte. Ich dachte, ich hab den gekillt. Ich mach grad schon 360 und auf einmal in dem Moment stirbt der. Ich hab ihn gemastert, aber er hat halt nicht damit gerechnet, dass ich von hinten komme. Warum muss ich jetzt im Ernst wirklich so lange wieder hochschlafen, bis ich wieder abrankt hab? Wird Silver 3 gerankt. Geil, ne? 27,16 Silver 3 ist legit. Ja, du musstest halt schon, die Worte halt schon vorher zugewiesen, die Gruppe. Ja, stimmt. Ich hab ja, ich hab ja, glaub ich, das war ja mein Smurf. Jede, pro Woche, pro Woche, wo du nicht spielst, kommst du einen Rang nach unten. Oh lol, ja. Ich war schon auf Silver 2. Hab das jetzt ein Hoch oder was? Ich ging gar nicht mehr tiefer. Ja, war schön. War schön. Barbara.